Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Fahrradständer hier richtig an dein Fahrrad dran machen kannst, damit dieses danach einfach sicher steht und nicht immer umfallen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch kurz der Hinweis. Es gibt natürlich etlich verschiedene Fahrradständer mit verschiedensten Halterungsmöglichkeiten. Meiner hier ist jetzt ein Universalfahrradständer, der eigentlich für jedes Fahrrad möglich ist. Und anhand von diesem Ständer zeige ich euch das Ganze einmal. Die Halterung von dem Fahrradständer schaut so aus, dass hier oben drei solche Inbusschrauben drin sind. In der Mitte noch zwei solche Gummimanschetten. Und zuvor muss ich jetzt einmal diese Inbusschrauben hier rausdrehen, dass ich das Ganze hier öffnen kann. Und danach kommt mein Fahrradständer an diese Halterungsstange hier hinten dran. Das ist jetzt auf der linken Seite von meinem Fahrrad. Die drei Schrauben hier oben habe ich jetzt mal mit dem entsprechenden Inbusschlüssel gelöst. Das Ganze kann ich jetzt einfach auf die Seite legen. Nun darauf achten, dass diese Gummimanschette hier noch drinnen ist. Und dann können wir unseren Fahrradständer einfach einmal hier hinhalten, wie das Ganze jetzt ausschauen würde von der Optik her. Am besten einmal den Fahrradständer einklappen, dass er natürlich auch in die richtige Richtung danach schaut. Also eingeklappt muss er nach hinten schauen. Und ich denke, der Ständer passt hier von der Position auf jeden Fall relativ gut. Man sollte jetzt schauen, dass er recht weit hinten bei dem Hinterrad dort ist, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Jetzt unsere Gegenplatte hier von hinten einmal dagegen halten und schauen, dass man irgendeine Schraube leicht anziehen kann. Am besten einmal mit den Fingern. Bei mir ist das jetzt schon geschehen. Und dann, wenn ich einmal alle drei Schrauben schon leicht angezogen habe, also wenn das Ganze hält, dann muss ich natürlich diese drei Schrauben mit dem Inbusschlüssel nochmal etwas fester nachziehen. Hierbei ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass du alle drei Schrauben ungefähr gleichmäßig anziehen solltest. Also jetzt nicht irgendwie nur die rechts oben so stark, wie es geht, sondern einfach einmal die rechts oben vielleicht leicht anziehen. Danach die untere wieder etwas und dann links oben. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Fahrradständer hier wirklich schön fest dort ist. Aber immer daran denken, nach fest kommt ab. Die Schrauben sind fest angezogen. Und jetzt mal noch diese Schutzkappen hier hinten über die Gewinde drüber tun, dass hier auch nichts passieren kann. Also das Gewinde wird nicht beschädigt und du kannst dich dort auch nicht verletzen. Jetzt können wir den Fahrradständer schon mal ausprobieren. Ich klappe ihn also ganz normal nach unten, stelle mein Fahrrad mal hin und tada, es geht schon. Doch das kannst du jetzt in der Kamera, glaube ich, etwas schlecht erkennen. Meiner Meinung nach ist dieser Fahrradständer hier etwas zu kurz geraten. Also wenn ich leicht jetzt von hinten gegen das Fahrrad komme, dann kann es sein, dass es schon so nach vorne umkippt. Deswegen muss ich jetzt diesen Fahrradständer noch etwas verlängern. Hierfür habe ich hier unten jetzt nochmal eine kleinere Einstellschraube, also einen etwas kleineren Inbusschlüssel nehmen. Diese Schraube öffne ich jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Geht etwas schwerer auf, muss sie jedoch nicht ganz öffnen, nur leicht. Und dann kannst du sehen, kann ich hier den Fahrradständer von der Größe bzw. von der Länge her verändern. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal etwas länger. Und wenn ich die richtige Länge eingestellt habe, muss ich diese Schraube wieder anziehen. Wenn sie angezogen ist, dann probieren wir den Fahrradständer mal nochmal aus. Ich stelle mein Rad also nochmal auf den Fahrradständer ab. Und jawohl, dieses Mal steht das Fahrrad auf jeden Fall senkrechter, nicht mehr so weit nach vorne gekippt. Und ich kann auch mit gutem Gewissen hinten etwas dagegen hauen und das Rad fällt nicht sofort um. Wenn ein Fahrradständer jetzt übrigens zu lang ist und du kannst das Ganze hier unten nicht mehr weit genug reinschieben, dann kannst du diesen Fahrradständer, also diese, stellst du da unten auch noch ganz rausziehen und einfach mit einer Eisensäge etwas abkürzen. Das ist auch gar kein Problem. Und wenn du das gemacht hast und deinen Fahrradständer richtig eingestellt hast, dann ist dieser auch schon am Fahrrad dort und du musst dein Fahrrad nie wieder irgendwo hinlegen oder hinschmeißen, weil es einfach nirgendwo stehen bleiben kann. Wenn du dir für zu Hause jetzt einen Fahrradständer, vielleicht sogar ein neues Rad, weil deins einfach schon relativ alt ist oder sogar so einen Inbus-Schlüsselsatz hier zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du nämlich eine SEO-Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra im Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.